... all die schönen Dinge erschaffen hat. Die Welt ist durch den Urknall entstanden. Vor 13,8 Milliarden Jahren. Dadurch ist Raum, Zeit und Materie entstanden. Und auch die Erde. Der Rest ist Evolution. Und vor dem Urknall, was war da? Nichts kann aus Nichts entstehen. Vielleicht ist der Urknall nichts anderes als der Schöpfungsakt Gottes. Mein Vater sagt, Religion ist Volksverdumme. Sein Vater weiß sicherlich viel, aber er weiß nicht alles. Es ist gut, dass er dich erzogen hat, Dinge in Frage zu stellen, aber von Zeit zu Zeit sollte man auch mal die Fragesteller in Frage stellen. Gott hat einen Plan. Für jeden Menschen. Auch für dich.